Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World Wide Whisky. Heute habe ich für euch am Mittwoch wieder ein Sample. Es geht um dieses Sample, ein Abelauer, 19 Jahre alt, vom unabhängigen Abfüller Berry Brothers & Rudd. Ja, und ich begrüße euch recht herzlich wieder auf meinem Kanal zur nächsten Whisky-Verkostung. Ja, Freunde, und heute habe ich für mich wieder was ganz Besonderes, glaube ich zumindestens. Ob es was Besonderes ist, werden wir dann rauskriegen. Aber ich habe einen Abelauer, der 19 Jahre alt ist, vom unabhängigen Abfüller Berry Brothers & Rudd. Und dieser Abelauer ist bereits destilliert im Jahre 1992 und 2012 abgefüllt schon. Also seit 2012 schon in der Flasche. Das sind schon 11 Jahre in der Flasche. Und ja, 55,5 Volumenprozent Alkohol. Also wir haben hier eine Fassstärke. Der Whisky ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Und die Fassreifung ist nicht angegeben worden. Aber ich denke mal, das werden wir dann auch ganz schnell rauskriegen. Ja, die Brennerei Abelauer ist eine Brennerei, die 1826 gegründet wurde. Aber 1879 quasi ein zweites Mal neu eingeweiht wurde, weil nämlich die erste Brennerei abgebrannt ist. Und circa eine Meile weiter entfernt wurde die Brennerei Abelauer neu aufgebaut, 1879. Ja, und man gibt halt so beides als Gründungsdaten an, weil die erste Brennerei ja komplett abgebrannt ist. Und die, ja, die es dann auch nicht mehr gibt oder gab dann. Und eine Meile weiter, also am anderen Standort, wurde die neue Brennerei wieder aufgebaut. Ja, sie brennen aktuell heute auf zwei Wash und zwei Spirit Stills. Und sie haben ein Produktionsvolumen von 3,8 Millionen Liter. Also sie brennen auch ordentlich gut und ordentlich viel Whisky. Ja, sie gehören heute dem Spirituosenkonzern Pernorica. Oder was heißt heute? Sie gehören denen schon länger. Also, ich glaube, 1974 ging die in deren Besitz über oder zumindest in einer Gesellschaft vorher, die dann von Pernorica aufgekauft wurde. So ähnlich war das, glaube ich. Also seit 1974, glaube ich, sind sie in deren Besitz. Ja, die Brennerei Abelauer durfte ich selber schon besuchen. Also keine Führung mitmachen, die habe ich nicht mitgemacht. Ich war nur im Visitor Center vorne, wie das halt so ist mit der Zeit, wenn man in der Spaceside ist. Ihr wisst es ja selber, wenn man da umherfährt, man hat ja eine Brennerei nach der anderen und will dann halt auch mal überall mal kurz anhalten. Wir sind dann nur ins Visitor Center rein und draußen ein bisschen, haben uns die Brennerei von draußen so ein bisschen angeguckt und ein paar Bilder gemacht. Mehr war leider von Abelauer noch nicht zu sehen, aber das werde ich mit Sicherheit nochmal nachholen. Und wenn es mich nochmal in die Spaceside verschlägt, werde ich auch mal zu Abelauer gehen und auch dort mal eine Führung machen. Und auch ein Tasting kann man dort auch machen vor Ort. Aber wo wir letztes Mal da waren, da war auch gerade die Brennerei im Bau. Sie bauen ja oder renovieren, sanieren. Ich glaube, sie vergrößern sogar das Produktionsvolumen. Ich glaube, sie bauen sogar noch Brennblasen ein. Und jedenfalls, wo wir dort waren, standen Baugerüste und so. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt damals da Führungen gab. Ja, wie gesagt, das Sample habe ich mir besorgt. Ja, bei den Simple Sample Jungs kriegt man ja auch immer mal so außergewöhnliche Sachen. Die kommen halt auch mal so an so alte Flaschen mal ran. Und ja, ab und an besorge ich mir da halt auch mal ein paar Samples. Warum nicht? So kann man halt auch diese Sachen mal probieren. Und ihr wisst ja auch, 19 Jahre Ebbelauer, so alte Ebbelauer Geschichten, wenn man die mal bekommt oder mal in die Finger kriegt, sind immer sehr, sehr preisintensiv. Und da ist man mit so einem Sample hier mal gut bedient und passt ja auch gut zum Mittwoch, zum Sample-Mittwoch. So, Freunde, dann will ich auch mal zum Whisky kommen. Er ist, wie gesagt, in Fassstärke, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Es ist ein Single-Cast, also ein Fass, glaube ich. Ja, also so viel ich weiß, war das ein Fass. Ja, Fassreifung ist nicht angegeben worden, aber laut Farbe würde ich jetzt mal auf Ex-Burban-Reifung tippen, wenn es dann so ist. Wenn es irgendein Weinfass oder irgendwas anderes noch gewesen wäre, hätten sie es ja wahrscheinlich dann auch mal draufgeschrieben oder gesagt. Also sehr hell die Farbe, aber nicht zu hell, also so ein schöner Hellgold-Ton, so würde ich das jetzt mal sagen. Und ja, schauen wir mal, was der so kann. 19 Jahre, da sollte schon auch schon ein schönes paar Aromen rüberkommen. Ja, also von der Nase her würde ich gleich beim ersten Mal reinriechen. pauschal sagen, reine Ex-Burban-Reifung. Also ich rieche hier keine Weingeschichten, keine Sherry-Geschichten. Ich rieche hier klassische Ex-Burban-Reifung. Also sprich, eine schöne Hellfruchtigkeit, eine schöne Honig, Vanille, Karamellsüße, sowas in der Art. Naja, die Früchte sind schon, sind hellfruchtig oder ich würde, ja hellfruchtig, ich würde vielleicht sogar sagen, richtig frischer grüner Apfel sogar. Also das riecht sehr frisch hier drin. Zu dem grünen Apfel gesellen sich da meiner Meinung nach noch Zitrusfrüchte. Also sprich so Orange, vielleicht so Limette ein bisschen in die Richtung gehend. Jetzt meine ich sogar, so ganz leichte Muffigkeit zu riechen. Aber nicht doll, also nicht kein typischer klassischer Warehouse-Muff oder sowas oder Keller-Muff oder so. Das nicht, also nur so ein Hauch davon, nur so ein paar Anklänge. Vom Alkohol rieche ich gar nichts. Also der Alkohol scheint sehr gut eingebunden zu sein, zumindestens was die Nase angeht, kann ich sagen, hier sticht nichts, hier beißt nichts in der Nase. Also das scheint sehr gut eingebunden zu sein. Aber ich muss sagen, für die 19 Jahre ist die Nase nicht sehr komplex. Also mehr als diese Früchte und diese, 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 dieser ganz leichte Keller-Muff und, und diese Honig-Vanille-Süße so, habe ich hier nicht mehr, muss ich sagen. Aber, gesetzt, er riecht gesetzt. Also man, man merkt, man merkt auch in der Nase, man hat einen alten Whisky vor sich. Das merkt man wieder, also das, das riecht man einfach, das trainiert man sich einfach im Laufe der Jahre so an, dass man das schon unterscheiden kann, ob ein Whisky sehr jung ist, ne, oder ob ich, ob ich einen alten Whisky im Glas habe. Und das riecht man schon, also man hat hier definitiv einen alten Whisky im Glas. Nicht sehr komplex, habe ich ja gesagt, aber die Aromen, die ich hier rieche, riechen lecker. Die, die, die laden mich ein, den Whisky zu trinken. Also, ich weiß jetzt nicht, also Preis kann ich ja, kann ich ja nicht nennen. Die Flasche gibt es ja nicht mehr oder zumindest nicht mehr offiziell zu kaufen. Vielleicht taucht sie ja hier und da mal wieder auf oder so. Aber auch, auch in der Whisky Base, deren Link ich übrigens unten in der Beschreibung habe. Auch in der Whisky Base gibt es keinen Shop, keinen Link mehr, wo man die kaufen kann, die Flasche. Also das ist eine reine, eine reine Sammlergeschichte, wenn, dann, ne. Aber, Ebelauer ist ja so häufig auch nicht unabhängig zu finden, ne. Und, und, und schon gar nicht mit, mit, mit höherem Alter. Also, schöne Nase, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich gut. Nicht sehr komplex, aber das, was er hat, kommt wunderbar rüber. Schön, schön harmonisch, alles schön ineinander verwogen, so, ne. Also, gefällt mir sehr gut. Ich würde auch jetzt, glaube ich mal, das erste Mal probieren. Ich nehme natürlich, äh, den ersten Schluck pur, ne. Ich habe mir Wasser mal hingestellt. Wenn ich es dann brauche, werde ich es, werde ich es reintun. Aber der erste Schluck geht natürlich pur, ne. Sláinte, Freunde. Schöne, leichte Ingwer-Schärfe jetzt. Ah, oh, ja, er kommt schon kräftig. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt, wo er runterläuft, jetzt schiebt er. Wow. Also, klar, ne, 55,5 Prozent müssen ja auch irgendwo spürbar sein. Aber schön eingebundener Alkohol, finde ich. Nichts brennend, nichts sticht, ne. Also, nichts, äh, äh, ähm, nichts alkoholisch, ne. So würde ich sagen. Also, schön pfeffrig, schön, so eine Ingwer-Schärfe würde ich, würde ich das eher bezeichnen. So, Ingwer, Ingwer-mäßig. Und schöne, ähm, schöne Karamell-Anklänge jetzt am Gaumen gehabt. So richtig, so wie Toffee, ne. So wie Toffee. Bisschen schöne, schöne, äh, Frucht, ne. Grüner Apfel, Citrus. Die habe ich hier auch wieder am Gaumen. Aber ich bleibe dabei, der ist nicht großartig komplex. Für 19 Jahre, äh, müsste der, müsste der mir noch ein paar mehr Aromen bieten. So, so würde ich das jetzt mal umschreiben. Also, ein guter Whisky, ein leckerer Whisky, aber der würde für mich immer nur über den Preis gehen. Also, dafür würde ich jetzt keine, ich sage jetzt mal 200 Euro ausgeben. Das würde ich nicht machen, ne. Das wäre er mir nicht wert. Es ist ein leckerer, schöner Whisky, aber eher so für die 19 Jahre im mittelpreisigen Segment. Also, ah, bis, um die 100 Euro, über 100 Euro, bis, würde ich vielleicht gehen, 110, 120 Euro. Mehr würde ich aber dafür nicht ausgeben, bin ich ehrlich. Dafür müsste ich noch ein paar Aromen mehr haben. Da müsste er noch ein bisschen vielschichtiger sein, ne. Er ist so, er ist so mehr in diese, in diese Hellfruchtigkeit, äh, diese, diese Honig-Vanille-Süße. Ganz leichte Malzigkeit, hätte ich vielleicht noch gesagt. Aber ich mache jetzt trotzdem mal Wasser rein, Freunde. Mich interessiert das, ob der, ob der mit Wasser aufmacht oder nicht. Ich mache auch mal gar nicht allzu viel Wasser rein, weil der war eigentlich so schon gut trinkbar, muss ich sagen. Also, äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass den auch jemand pur trinkt halt, ne. Weil der sehr gut auch pur zu trinken ist. Aber ich spiele halt immer gerne mit Wasser, wenn ich, wenn ich Fassstärken habe, ne. Ich will halt immer sehen, ob die, ob die Whiskys aufmachen oder nicht, ne. Manche werden ja auch schlechter mit Wasser, ne. Das habe ich auch schon gehabt. So, in der Nase. Natürlich das Typische, wenn man Wasser rein tut, öffnet er sich mit der Frucht, ne. Also, die Whiskys werden meistens, wenn man Wasser rein macht, fruchtiger. Und so ist es auch hier. Die Fruchtigkeit aber dafür, diese Honig, Vanille, Karamell, Süße, die tritt so ein bisschen in den Hintergrund dafür. In der Nase. Aber schön fruchtig ist er jetzt. Ja, wer das Fruchtige dann gerne mag, der kann gut Wasser rein machen. Kann damit Wasser spielen. Der Alkohol weiterhin in der Nase sehr gut eingebunden. Nichts Sprittiges, nichts Stechendes, keine Fehllnote soweit. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Dann probiere ich jetzt mal mit ein paar Tröpfchen Wasser. Mal sehen, wie er dann am Gaumen ist. Jetzt wird er süßer, finde ich am Gaumen. Fruchtiger, aber auch tatsächlich auch ein bisschen süßer noch am Gaumen. Aber auch bitterer. Er bringt so eine leichte Bitterkeit mit jetzt. Mit dem Wasser. Die ich vorher nicht hatte. Jetzt auch im Abgang. So ein bisschen eine leichte Bitterkeit. Kann vielleicht schon die Eiche sein. Kann das Holz schon sein. Aber so richtige Eichenaromen habe ich hier nicht gespürt. Also weder am Gaumen noch in der Nase habe ich so Eiche gespürt. Jetzt durch eine leichte Bitterkeit könnte man das so ein bisschen auf die Eiche schieben. Das könnte vielleicht so sein. Die Tannin ein bisschen. Aber nichts unangenehm. Muss ich auch gleich sagen. Auch die Eiche jetzt. Wenn es die Eiche dann ist. Diese Bitterkeit ist eine leichte Bitterkeit. Ist keine brutale Bitterkeit oder sowas. Er ist so leicht bitter geworden jetzt. Tja. Also wie schon gesagt. 19 Jahre Ebbelauer. Ebbelauer ist für mich eigentlich eine Brennerei. Bei der ich eigentlich immer gerne zu Hause bin. Was Whiskys angeht. Ich mag eigentlich gerade die Sherry gereiften Whiskys von Ebbelauer. Die mag ich sehr sehr gerne. Und ja. Der Klassiker. Der Abunat ist natürlich eine Bank. Ist natürlich eine Preis-Leistung. Bank, sage ich jetzt mal. Also der bietet richtig schöne, kräftige Sherry-Aromen. Sherrybombe weiß ich jetzt nicht. Ja, manche sind auch schon eine Sherrybombe. Die letzten jetzt. Die letzten Batches sind natürlich heller geworden. Aber das sind Whiskys um die 70 Euro rum, die immer gut sind. Und das hätte ich mir eigentlich von dem hier auch so ein bisschen in diese Richtung erwartet. Das bietet er mir nicht ganz, muss ich sagen. Also, man muss aber auch sagen, hier ist eine reine Bourbon-Fass-Reifung jetzt. Also das kann ich jetzt ganz klar sagen. Also der hat nichts irgendwie von irgendeinem Finish oder von irgendeinem Wein oder sowas. Der ist für mich rein Ex-Bourbon gereift. Also eine reine Ex-Bourbon-Reifung und dann dagegen die Sherry-Fass-Reifung zu stellen, ist natürlich auch nicht so ein guter Vergleich, würde ich jetzt mal sagen. Aber Ebelauer gefällt mir persönlich besser mit Sherry als reine Ex-Bourbon-Reifung. Aber wie gesagt, es ist kein schlechter Whisky. Er bietet mir nur für die 19 Jahre zu wenig. Ich würde dafür nicht viel Geld ausgeben. Also wie gesagt, so ein bisschen über 100 Euro wäre er mir wert. Aber viel mehr würde ich dann auch für den 19-Jährigen nicht ausgeben. Ist so, muss man halt so sagen. Ja, wie gesagt, das hat sich ja dann damit eben schon erklärt. Eine Kaufempfehlung gebe ich natürlich, klar. Er ist gut, er ist lecker. Er hat auch seine Aromen. Aber wie gesagt, für 19 Jahre bist du zu wenig. Also ich würde den blind, hätte ich den auch vielleicht gar nicht auf 19 getippt. Da wäre ich vielleicht eher so bei, sagen wir mal, bei 14, 15 Jahre wäre ich vielleicht blind gewesen. Aber nicht bei 19 Jahre. Also muss man sagen, Kaufempfehlung ist da. Das geht bei diesem Whisky dann aber eben über den Preis. Der muss relativ günstig angeboten werden. Dann kann man den auch wunderbar kaufen und wunderbar trinken. Und dann hat man auch einen schönen Ebelauer im Glas. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ziehen wir das gar nicht so weit in die Länge. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, macht die Glocke an, wollte ich gerade sagen. Abonniert erst mal meinen Kanal vorher und dann macht die Glocke an. Die, die es noch nicht getan haben. Ich freue mich immer wieder, wenn neue Leute auch den Weg zu mir finden. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Samstag wieder, wenn ich für euch dann hier wieder eine Großflasche zustehen habe. Freunde, macht es gut. Bis Samstag. Ciao.